Du zahlst als Rentner Steuern und hast vielleicht auch in deinem ganzen Berufsleben Steuern auf deine Rentenbeiträge abgeführt? Doppelbesteuerung, Skandal, Abzocke, Betrug, Wucher, so oder so ähnlich lauten eure Kommentare, wenn es um die Rentensteuer geht. Und viele von euch regen sich über die sogenannte Doppelbesteuerung auf, von der sie, zumindest angeblich, auch betroffen sind. Hier auf jeden Kommentar zu antworten, wäre uferlos. Deshalb kommt heute ein Video, bei dem es eben darum gehen wird, was eigentlich eine Doppelbesteuerung von Renten ist, wie du eine mögliche Doppelbesteuerung selber berechnen könntest und was es genau mit den Änderungen auf sich hat. Wenn du also nicht einfach nur pauschal maulen willst über Skandale und Abzocke, die dich gar nicht betreffen, solltest du unbedingt dranbleiben. Es lohnt sich. Erst einmal vielen Dank an euch. Ihr habt mir ein wirklich tolles Weihnachtsgeschenk gemacht, indem ihr meinen Kanal abonniert habt. Ich habe tatsächlich die Hürde von 10.000 Abonnenten übersprungen und freue mir ein Loch in den Bauch. Und wenn du auch noch zu den immerhin rund 75% meiner Zuschauer gehörst, die noch nicht abonniert haben, es ist und bleibt kostenlos. Und steigert nicht nur dein Wissen, sondern auch dein YouTube-Karma. Probier es einfach aus. Doch nun gleich zum Thema. Die mögliche Doppelbesteuerung der Renten ist seit vielen Jahren ein Streitthema. Und Fakt ist, dass eine solche Doppelbesteuerung verfassungswidrig und damit ein wirklicher Skandal wäre. Gehörst du auch zu den Rentnerinnen oder Rentnern, die sich beschweren, dass sie Steuern auf ihre Rente zahlen müssen, obwohl sie doch während des Arbeitslebens schon Steuern bezahlt haben? Naja, und schon maulst du über die ungerechte Doppelbesteuerung. Doch so einfach ist das tatsächlich nicht, denn es geht im Prinzip um zwei Zahlen. Erstens, der gesamte steuerfreie Anteil der Rente bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung, also der steuerfreie Rentenzufluss. Und zweitens, die Summe der geleisteten Beiträge zur Rentenversicherung aus bereits versteuertem Einkommen. Damit sind dann die Beträge gemeint, die du nicht von der Steuer absetzen konntest. Kurz gesagt also die versteuerten Rentenbeiträge. Und ist dann der steuerfreie Rentenzufluss geringer oder kleiner als die versteuerten Rentenbeiträge, dann spricht man wirklich von einer Doppelbesteuerung. Denn dann würdest du auf bereits versteuerte Rentenbeiträge als Rentner nochmal Steuern zahlen. Der Bundesfinanzhof hatte in verschiedenen Urteilen unter anderem die Berechnungsgrundlagen zur Bestimmung einer doppelten Besteuerung festgelegt. Und die Politik musste reagieren. Und in 2025 sollen dann die entsprechenden Änderungen voll durchschlagen. Schau dazu einfach auch mal auf das oben angezeigte Video. Hier aber die gute Nachricht. Die wenigsten Rentnerinnen und Rentner sind von einer Doppelbesteuerung betroffen. Ja, sie zahlen Steuern auf ihre Renten, aber eben nicht doppelt. Ich rechne dir das gleich einmal vor. Aber wie konnte das Problem der Doppelbesteuerung überhaupt entstehen? Naja, die Ursache liegt vor allem im prinzipiellen Umbau des deutschen Rentensystems seit dem Jahr 2005. Denn bis zu diesem Zeitpunkt zahlten Angestellte tatsächlich ihre Rentenversicherungsbeiträge aus bereits versteuertem Einkommen. Dafür war dann der größte Teil der Rente steuerfrei. Das nannte sich dann vorgelagerte Besteuerung. Sind wir uns einig, bis dahin wurde also lediglich einmal Steuern bezahlt, und zwar auf die Rentenversicherungsbeiträge. Doch im März 2002 forderte das Bundesverfassungsgericht den Umbau auf die sogenannte nachgelagerte Besteuerung, wie sie schon immer bei Beamtinnen und Beamten im Ruhestand, also bei Pensionären, üblich war. Und dieser Umbau wird im Alterseinkünftegesetz aus dem Jahr 2005 geregelt. Das passiert aber nicht auf einen Schlag, sondern in kleinen Schritten, die sich wohl bis ins Jahr 2058 hinziehen werden. Konkret steigt von Jahr zu Jahr seit 2005 auf der einen Seite der Anteil der steuerpflichtigen Rente, auf der anderen Seite aber auch der Anteil der Rentenversicherungsbeiträge, die sich als, Achtung, Vorsorgeaufwendung von der Steuer absetzen lassen. Wer also 2005 in Rente gegangen ist, hatte 50% seiner Rente zu versteuern. Und wer 10 Jahre später, also 2015 in Ruhestand ging, musste bereits auf 70% seiner Rente Steuern berappen. Und jedes Jahr wird der steuerpflichtige Anteil um 0,5% mehr, bis dann diejenigen, die 2058 oder später in Rente gehen, 100% versteuern müssen. Und übrigens, es zählt immer das Jahr des Renteneintritts für den steuerpflichtigen Teil. Durchgehend. Wenn du im nächsten Jahr in Rente gehst, liegt der steuerpflichtige Anteil deiner Rente bei 83,5% oder anders ausgedrückt, 16,5% bleiben steuerfrei. Und das Ganze dauerhaft. Ich blende dir die Zahlen mal in einer Tabelle ein. Hier kannst du nachschauen, wie viel Prozent deiner Rente wirklich steuerpflichtig sind. Von wegen, ich muss auf meine ganze Rente Steuern zahlen. Ja, aber warte. Gleichzeitig stieg ja auch die Absetzbarkeit der Rentenbeiträge ebenfalls von Jahr zu Jahr an. Gehen wir wieder zurück ins Jahr 2005. Du erinnerst dich, hier wurden 50% der Rente versteuert. Aber es ließen sich gleichzeitig 60% der Rentenversicherungsbeiträge steuerlich absetzen. 2015 waren es bereits 80%. Und nun sind die vollen Beiträge zu 100% als Vorsorgeaufwendungen absetzbar. Du siehst, die Beiträge sind also nicht vollsteuert. Deine Rente schon. Aber auch hier nicht nur eine einfache Besteuerung vor. Klar soweit. Okay, du glaubst nur das, was du selber siehst. Dann zücke mal Papier und Bleistift. Wir berechnen jetzt die Doppelbesteuerung selbst. Und eins vorab. Es ist mühsam und auch wirklich nicht ganz einfach. Wenn du es also mit deinen persönlichen Werten nachrechnen willst, solltest du dir bewusst sein, dass der große Aufwand nur in den allerseltensten Fällen Erfolg gibt. Das heißt, dass du dann tatsächlich Opfer der Doppelbesteuerung bist. Wenn du es aber trotzdem versuchen willst, auf der einen Seite musst du deine zu erwartende steuerfreie Rente ausrechnen. Das ist noch recht einfach. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch den Gesamtbetrag deiner versteuerten Rentenbeiträge. Und das ist echt happig. Denn die dazu benötigten Unterlagen können durchaus auch mehr als 40 Jahre alt sein. Dann kann es auch schon losgehen. Der Bundesfinanzhof hat nämlich bereits 2021 konkrete Berechnungsparameter festgelegt. Und danach zählen zu den steuerfreien Rentenbezügen allein 1. der individuelle jährliche Rentenfreibetrag und 2. der Freibetrag eines möglicherweise länger lebenden Ehegatten, aus dessen hinterbliebenen Rente. Alle anderen Beträge bleiben unberücksichtigt. Das heißt, der Grundfreibetrag in diesem Jahr, also 2024, sind das 11.604 Euro, die jährliche Werbungskostenpauschale von 102 Euro, die Sonderausgabenpauschale von 36 und der Sonderausgabenabzug für Kranken- und Pflegeversicherung zählen ausdrücklich nicht dazu. So, nun müssen wir deine zu erwartende steuerfreie Rente berechnen. Dazu ermitteln wir deinen Rentenfreibetrag und multiplizieren ihn mit der statistischen Lebenserwartung. Halt, nicht aussteigen! Das ist nicht allzu schwierig. Ich mache dir ein Beispiel. Im Januar 2021 bekam Günther als 66-Jähriger erstmals seine Altersrente von 1.600 Euro. Aufs Jahr gerechnet hatte er 2021 also eine Bruttorente von 19.200 Euro und davon waren, du erinnerst dich, 19% steuerfrei. Das ergibt dann für sein komplettes weiteres Leben einen konstanten Rentenfreibetrag von 3.648 Euro im Jahr. Die statistische Lebenserwartung für Günther beträgt noch 16,91 Jahre. Multipliziert mit dem Rentenfreibetrag ergeben sich 61.687 Euro als steuerfreier Rentenzufluss. Und diese Zahl musst du jetzt mit dem Gesamtbetrag deiner versteuerten Rentenbeträge vergleichen. Das machen wir nämlich jetzt. Und zugegeben, das wird etwas schwieriger und muss auch noch zweigeteilt werden. Beginnen wir der Einfachheit halber beim Zeitraum ab 2005. In diesen Jahren konntest du ja Teile deiner selbstgezahlten Rentenbeiträge von der Steuer absetzen. Nur von deinen Beiträgen, nicht vom Arbeitgeberanteil. Es waren 60% für das Jahr 2005 und dann jedes Jahr 2% mehr. Versteuerte Rentenbeiträge sind dann der Rest, also 40% in 2005, 28% in 2006 und danach immer 2% weniger im Jahr. Mit deinen Unterlagen und einem Taschenrechner sollte das lösbar sein. Bleiben wir bei unserem Beispiel Günther. Bei dieser Rechnung käme er auf 20.000 Euro und liegt damit deutlich unter seinem steuerfreien Rentenzufluss von 61.687 Euro. Somit liegt also noch lange keine Doppelbesteuerung vor. Naja, aber es gibt ja auch noch den Zeitraum bis 2004. Hier wird es leider noch komplizierter. Hier musst du nämlich alle Sozialversicherungsbeiträge und deren steuerliche Auswirkungen berücksichtigen. Und das können echt viele Jahre sein. Hier kommen dann die alten Steuerbescheide und Lohnabrechnungen ins Spiel, die du idealerweise noch haben solltest. Wenn nicht, wird es noch mühsamer. Aber das will ich uns jetzt ersparen. Wenn unser Beispiel Renner Günther hier auf, und das mache ich jetzt mal großzügig, 40.000 Euro käme, läge er insgesamt also bei 60.000 Euro. Und das ist immer noch weniger als der Referenzwert von 61.687 Euro. Also noch immer keine Doppelbesteuerung. Bekäme er aber zum Beispiel 45.000 Euro für den Zeitraum bis 2004 zusammen, kann man tatsächlich von einer Doppelbesteuerung ausgehen. Dann hätte Günther nämlich 3.313 Euro doppelt versteuert. Aber wie schon gesagt, ganz schön aufwendig und kompliziert. Mit dem Ergebnis, dass fast nie eine Doppelbesteuerung vorliegt. Bestimmt bei dir auch nicht. Wenn du aber trotzdem davon überzeugt bist, dass du auf einen Teil deiner Rente Doppelsteuern zahlen musst, schickst du deine Unterlagen ans Finanzamt mit der Bitte um Prüfung einer möglichen Doppelbesteuerung. Aber wie so oft, auch hier musst du selber aktiv werden. Und vermeint das Finanzamt deinen vermeintlichen Anspruch, bleibt dir immer noch der Weg des Einspruchs oder der Klage vor dem Finanzgericht. Hier, und das will ich dir nicht verschweigen, besteht dann allerdings auch ein sehr hohes Kostenrisiko. Und hier gab es tatsächlich schon einige Klagen, bei deren Urteilen allerdings noch nie eine Doppelbesteuerung nachgewiesen wurde. Und sollte das tatsächlich irgendwann einmal der Fall sein, würde ich die Frage stellen, wie der entsprechende Steuernachteil im Detail ausgeglichen würde. Kommen wir zu meinem Fazit. Ja, du zahlst Steuern auf deine Rente. Und auch möglicherweise hast du auf deine Rentenversicherungsbeiträge zumindest teilweise Steuern bezahlt. Doch damit liegt eben nicht automatisch eine Doppelbesteuerung vor, auch wenn es so leicht von der Zunge geht. Du musst nämlich immer auch deine steuerfreien Rentenzuflüsse berücksichtigen, die in der Regel höher ausfallen als die bislang entrichteten Steuern, wodurch die dann letztendlich im Plus bist, dich zumindest aber nicht schlechter stellst. Ja, Steuern können ärgerlich sein und über die Höhe und die Verwendung lässt sich trefflich streiten. Aber dann bitte mit Argumenten und nicht mit Behauptungen. Sorry, das musste mal raus. Ich hoffe, das Video konnte zumindest ein bisschen Klarheit zum komplexen Thema der Doppelbesteuerung schaffen. Und ich will auch nicht ausschließen, dass einzelne konkret Betroffene sein könnten, aber bei weitem nicht so viel wie darüber maulen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf dich. Bleib positiv, bleib produktiv und vor allem bleib gesund. Dein Thomas Schneider Ich freue mich schon auf dich. Bis zum nächsten Mal.